Was ich jetzt erstmal mache, ist wieder den ganzen Kram aus meinem Inventar rauszuschmeißen. Das ist ja mal wieder... Ach, das ist jetzt schon wieder zu... Ach, dieser Satte, der macht mich fertig. Kann er nicht einsortieren. Das rein und... Ähm, da hab ich noch einen. Das ist gut, hab ich zufällig noch? Ach, das ist egal. Das sortiert er sowieso wieder da unten ein. Ähm, und zwei? Ich hab zwei Stück. Jo, na gut, nicht ganz, nicht ganz. So. So, dann soll ich das mal wieder dicht machen. So. Vielleicht muss er jetzt erstmal... So, und dicht. Ah, sehr schön. Äh, das passt... Oh, sehr gut. Das war jetzt was? Ah, das war der Pulverizer. Pulveri... Pulverizer... Ich weiß nicht, ob das richtig geschrieben ist. Also... Erze. Fertig. Und... Und... äh... Das müsste der Redstone Ofen sein. Genau. Red... Das reicht so. Das ist in Ordnung. So, jetzt bin ich gespannt, ob das nicht funktioniert. So, jetzt will ich mal den ganzen... Kram hier rausholen. Das ist soweit anders. Und den kann man nämlich... Ja, sehr schön, sehr schön. Und dann können wir das nämlich auch einschmeißen. Und jetzt bin ich gespannt. Funktioniert das? Ach ja, ich muss den ja auch einstellen. Ah, da war ja was. Kommt noch nichts? Kommt noch nichts? Ah, da. Jetzt kommt's. Ja, wir müssen Upgrades reintun. Da müssen wir echt Upgrades reintun, dass das schneller geht. Äh, aber... Es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Und dann mache ich nämlich von oben das Kabel. Es geht dann schräg nach oben. Ich hab noch zwei tatsächlich. Den kann ich damit verbinden. Ja, siehst du? Ich hoffe, dass ich von oben überhaupt rankomme. Und die Frage ist, kriege ich das hin? Dass das... Ähm... Okay, wartet mal. Ich glaube... Das mache ich... Ja. Ich hole mir jetzt mal in Erde. Oder Kies. Oder was auch immer. Ähm... Da... Verdammt. Da Kies. Scheißegal. Der Kies, der fällt drunter. Das... Passt schon. Ich muss doch jetzt mal eben von oben aus... Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich von da aus das mache, ne? Ja, eigentlich schon. Aber... Ich finde das eigentlich auch nicht so schlimm... Wenn es von da kommt. Gucken wir mal, was uns da oben erwartet. Ob wir da oben überhaupt hinkommen. Ähm... Gut. Ähm... Oh. Ähm... Ich komme da nicht hoch. Ist ja doof. Ähm... Okay, wartet mal. Das ist ja doof. So. Bin ich jetzt mal gespannt, wo wir hier ankommen. Erde. 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 Oh. Wir sind angekommen. Wo sind wir da angekommen? Hallo? So. Ach, das ist eigentlich ganz gut hier. Das ist eigentlich ideal. Hier die Sonarzeilen hin. Das ist doch perfekt. Ähm... Das können wir so machen. Ich hatte eigentlich eher hier gedacht. Aber da oben ist es eigentlich auch in Ordnung. Vielleicht mache ich auch einen anderen rein. Ähm... Sonarenergie. Das wird vielleicht mit Sonarenergie... Das können wir eigentlich auch machen. So. Ich glaube... Ich habe keine Ahnung, ob ich den jetzt an- oder ausgemacht habe. Ich habe... Ich... Ich weiß es nicht. Der kommt denn auch nach unten? Und... Ja, ich glaube jetzt sind wir aber erstmal genug im Untergrund gewesen, oder? Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier erstmal Mumfi-Mumfi. So. Ähm... Das würde auf jeden Fall nicht reichen. Das heißt, wir müssen noch mehr bauen. Dann würde ich sagen... Wir... Welchen kommst du? Mine Factory? Habe ich nicht meint? Nee, das ist Thermal. Dann bauen wir einfach nochmal ein paar von denen. Die waren ja eigentlich ganz einfach. Wir brauchen halt nur Plastik. Und ich würde mal behaupten, ich räume jetzt mal den Kram hier auch weg. Den... Den behalten ja auch. Den kann ich ja auch jetzt mal wegräumen. Den brauche ich ja jetzt nicht. Dich brauche ich. Das Schild kann... Wenn ich auch erstmal weg... Müssen wir hier jetzt mal so ein bisschen unser Inventar aufräumen. Und die Kiste, die ich hier habe, die werde ich jetzt auch mal ausräumen. Ähm... Das und das und das und das. Und das. Die kommen alle jetzt erstmal weg. Lass ich sie hier einsen. Jetzt kann ich auch gleich da reinschmeißen. Das passt ja. Versenkter Stein. Schmeiß ich da auch erstmal. Wo ist da denn der Pulverizer? Das war der hier. Siehste. Dann kann ich eigentlich auch die Upgrades auch gleich mit dazu bauen. Und... Dann muss ich gleich nochmal... Den Kolben brauchen wir jetzt. Das kann... Halt. Nehmen wir mal nämlich gleich mit. Ähm... Das kann weg. Den Bogen muss ich noch wegrollen. Äh... Achso, genau. Die Kiste nehme ich gleich mal mit. Die brauche ich. Dann muss ich jetzt erstmal ne... Alternative haben zum Ausnehmen der Sachen. So, dann ist die jetzt nämlich näher. Achso. Immer mal eben Schluck trinken. Mein Gott. Ich hab die reingeschmissen hier, ne? Ja, die sind schon verräumt. Alles klar. Dann muss ich leider doch nochmal die aufmachen. Achso, nee. Brauche ich nicht. Ich baue mir ja eh neue. Dann mach ich das gleich noch. Äh... Der räumt jetzt hier erstmal alles rein, ne? Genau. Gut. Äh... Ich habe hier tatsächlich... Ah, da ist ja der eine, den ich gesucht habe. Hup. Da ist er. Jetzt ist er zu spät. Jetzt zu spät. Ist das überhaupt richtig? Stein? Ja, ist richtig. Gut. Nee, warte mal. Du bist ja ein Pflasterstein. Oh, Stein. Du bist ja eigentlich wieder ganz so anders. Oh, mein Gott. Die Sortierung ist... Ah, nee. Ich hab dich gefunden. Katastrophe, würde ich grad sagen. Aber... Juni... Eigentlich müsstest du... ...da raus. Du musst... ...da rein. Für das erste... Was bist du denn? Du bist im Stein, würde ich sagen. Du bist... Du bist da. Äh, du Schande. Ja, das... Das wird nicht Spaß. Ähm... Eigentlich gehörst du hier drüben hin, aber du hast, glaub ich, noch keinen Platz. Äh, jetzt wollte ich... Ich wollte die Kabels bauen. Richtig. Und... Ich muss doch nochmal zurück, denn ich brauch nochmal dich. Du bist nämlich ein Transfernot. Dann schreibe ich gleich mal... Bingo. Ich brauche davon zwei Stück. Ich hab keine NAP-Paren, deswegen mach ich das aus dem. Wir haben Kisten dabei. Wir haben... Huch... Äh... Ich hab halt... Ich hab glaube ich auch... Ja... Falsch gedrückt. Äh... Schlapp, 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 schlapp. Schlapp. Ich brauch mir gleich zwei Stück. Darf ich mal eben was zu wissen? Sowas einfach... Nicht? Zwei Stück brauch ich. Ähm... Kiste und 4 Redstone. Davon 2. Items, den brauche ich genau. Alles klar, hab ich alles parat. 1, 2. Ja, dich brauche ich glaube ich auch. Oder? Ne, ich glaube dich brauche ich nicht. Ich glaube das reicht schon. Bin ich jetzt doof? Achso. Zertöne ich. 1, 2. Hoch. Achso, die Kiste. Ne, die nehme ich ja mal eh mit. Ich brauche die ja. Die brauche ich doch. Ich hoffe das reicht soweit alles. Ja gut, Schlafpad. Ich bin ja mal gespannt. Ich glaube es hat schon wieder fest. Ich glaube ich weiß wo ich das habe. Das ist oben. Bei den Kisten. Da habe ich es. Genau. Jetzt macht es dann. Gut, äh, dann würde ich sagen, setze ich einen da hin. Und... Und... Eine Kiste vorüber gehen erstmal da hin. Genau, dann zieht er das nämlich raus. Der hat jetzt keine Energie mehr. Das ist nicht so schlimm. Fürs Erste. So. So, ja. Ich meine... Es geht nach oben, war ja hier. Ich muss jetzt erstmal weichen. So. Genau. Sehr schön. Jo. Jetzt, ähm, müssen wir Energie haben. Und finden. Da würde ich mir vielleicht doch eine andere Alternative suchen. Ähm... Weil... Ähm... Ich muss da mal gucken. Ich muss jetzt auch hier mal eben kurz mal rüber gehen und ausräumen. Das ist ja hier nicht mehr auszuhalten. So. Wo ist hier Kies? Haben wir noch Kies? Hier ist Kies. Warum hast du das denn da nicht eingeräumt? Steinssiege wird auf Stein gemacht. Genau. Oh, das ist sogar richtig hier. Eichenholz... Was bist du? Eichenholz Stufe. Also Eichenholz... Eichenholz ist hier. Und die Stufen habe ich auf der Höhe. Mach das auch auf der Höhe. Hm. So. Jetzt müssen wir mal eben den Kram wegräumen und dann gehen wir mal zu unseren Kartoffeln. Äh... Achso, ich habe ja hier noch Bärensteine. Kann ich eigentlich... Damit kann ich glaube ich auch was anfangen. Ich glaube irgendwie Deko-Kram oder so. Achso, ja hier. Deko. 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 Äh... Das ist extra Autinity. Das würde ich... ...zu dem her hin tun. TNT ist eigentlich mehr... Ja, ist eigentlich kein Deko, aber... Fürs Erste... Reicht das? Dann habe ich hier noch einen Zweig von Plant Mega. Ich... Plant Mega, Plant Mega... Ich habe hier auch irgendwo gehabt. Na? Das war's doch. Nee, du bist vegan. Ich habe keine Ahnung, wo ich denn... Boah, ich habe hier... Bist du Plant Mega? Nee, wir haben so Plant... Ach... Shitwurscht, egal. Der kommt jetzt da rein. Mein Gott. Den Kolben brauchen wir. Die Drohnen schmeiße ich hier erstmal irgendwo rein. Die Biene nehme ich mit nach oben. Ach, die Biene. Die Biene, guck, die kommt erstmal nach oben. Oh, ich finde das gut. Das gefällt mir. Ja, das kann man so lassen. Vielleicht werde ich das noch... Gucken. Vielleicht doch ein neues System. Ach, ich habe hier ja noch mehr. Was? Äh... Der Satel. Weg damit. Ich liebe diesen Satel. Der ist so berauschend. So, und ich kann mich da mit reinschmeißen. Du kannst da mit rein. Ich habe hier noch einen Pilz. Den schmeiße ich. Und ein Champignon. Und das Bienechen habe ich hier da oben. Kommt das Bienechen hin. Gut. Äh, den gehen wir erstmal zu den Kartoffeln. Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Ja, ganz ehrlich. Ja, das könnte ich vielleicht zu meinem Spinat geben. Mal gucken, was mein Freund... Ob mein Freund Hunger hat. Oh, die sind ja hier schon... Oh, endlich hier. Ob er eher Hunger hat. Sehr schön. Oh, seht euch das Mann hier. Seht euch die Ausbeute an. Ich bin... Es geht wieder schön. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich erstmal auf... Hier anderen Energie um... Steigen. Damit der Redstone offen läuft. Äh, hier kommt... Da rein. Ja, wir müssen... Ähm... Wie sieht das mit diesem Tanbon? Ja, okay, den will ich jetzt nicht verbrauchen. Aber der Salix, der ist doch mal zum Brennen ganz gut gedacht. So, was haben wir denn hier? Wo ist er denn? Wo war... Wo hab ich denn hier umgetan? Da. Ja, da muss ich mal gucken. So. Sehr schön. Äh, ach, jetzt muss er unten. So. Der Raum ist echt geil. Also, ähm... Das heißt, dich muss ich doch dann... Vorüber gehen. Erstmal. Oh, da muss ich dich aber auch abkappen. Sonst gibst du ja denen die Energie und dafür bin ich jetzt nicht. Genau. Und dann würde ich sagen... Schmeißen wir Holz rein. Das kann dauern. Bis er das geschafft hat. Kann man die upgraden? Das würde mich jetzt interessieren. Der Tamal. Kann man die upgraden? Tatsächlich nicht. Man kann die upgraden. Erweiterung... Äh... Jetzt muss ich mal gucken. Benötigt eine harte Gloss. Um Gottes willen. Dich kann man nicht upgraden. Das geht nicht. Aber es bringt ja nichts, wenn ich den upgrader. Und da... Mhm. Diese Upgrades verwirren mich. Ich glaube hier muss ich mir mal... Achso. Basisbrennstoff erfordert das folgende Level bereit zu sein. Der höchste Erweiterungslevel wird... Das... Äh... Da... Basis... 10% Basisbrennstoffenergie. Aha. Bleibaren... Äh... Das... Ich mach's mit, wenn ich das Upgrade mache. Ich hab keine Ahnung, was man damit machen kann. Ich mach das mal. Bleibaren haben wir ja eigentlich genug. Da hatt ich ja... Hier irgendwo gehabt. Bleibaren... Hier. Muss ich zwar eben brennen, aber... Achso. Ich brauch nur 8. Das ist... Das kleinste Problem. Äh... Was hat's denn jetzt... Dieses hier, ne? Für 10% Basisbrennstoffenergie. Plus 10. Das ist ja... Hört sich gut an. Einen Silberwaden brauch ich. Habe ich den vielleicht schon... Ich hab's glaube ich alle gebraucht, ne? Ich hab die... Ach man, oh... Ich hab keine Silberware mehr. Kann ich vielleicht daraus wieder meine... Ah, verdammt. Ich hab keine Silberware mehr. Ich hab einen Zellen, aber keinen Silber. Das ist jetzt... Egal. Und das andere kann ich nicht machen. Er fordert, dass wir im Level bereits installiert sind. Das kann ich nicht machen. Da fehlt... Ja gut, ich hab das Elektrum, aber... Ich muss erst das bauen. Das ist ja auch nicht... Ach du Scheiße, was ist das denn? Das find ich jetzt nicht nett. Aber... Kriegt man Silber irgendwie auch noch Anlass? Ähm... Ja, kriegt man doch anscheinend. Ne, doch nicht. Okay... Ich hab meine ganzen Silberwaren für so'n scheiß Zahnrad verballert. Weil ich so... Susanne war. Ich bin so geil. Ich bin echt geil. Das kriegen wir auch nicht anders her. Und ich hab glaube ich auch nichts in der Redstone-Kiste an... Das ist... Eisen... Metall... Ne... Scheiße. Oh Mann! Das ist jetzt voll fies! Ach... Ja... Das ist jetzt richtig gemein. Weil jetzt diese blöse Zinn-Dinger gemein... Die kann ich aber auch nicht irgendwie wieder zurücksetzen, oder? Oder kann ich die einschmelzen? Trinkt das was? Ich probier das aus. Ohne Scheiß. Ich will jetzt an so'nen scheiß Silberwaren rankommen. Ist mir egal. Muss ja irgendwie... Gehen wir jetzt gucken. Och Mann, ey. Das ist voll doof. So. Sag mal her. Kannst du das schmelzen? Geht das? Das geht? Ohne Scheiß. Das ist... Geil. Ich mach mal so lange Elektrum. Ich glaub wir kriegen Waren. Ich glaub ich brauch aber auch nur... Wo war das denn jetzt? Ähm... Ich brauch nur einen, oder? Ja, ein einziger wäre... Achso. Würde reichen. Ein einziger. Geil. Ich hoffe du vermisch dich nicht mit dem Gold. Denk richtig Riese. Nicht? Nein? Bitte? Oh Gott sei Dank. Elektrum, Gold und Silber. Und irgendwo ist das Gold, oder? Ich glaub schon. Ich weiß es nicht. Ähm... Yes, wir kriegen Silberband. Gott sei Dank. Ich hab... Ich hab jetzt erst gedacht... Haben wir... Oh, wir haben einen. Ich guck nochmal genau nach. Äh, nee, 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 nee. Alles klar. Gut. Wir haben... Tschüss. Tschüss. Oh, geil. Wir haben... Ähm... Jetzt geh ich wieder nach unten und baue mir jetzt das Upgrade und hoffe, dass ich das Richtige baue. Denk ich mal. Ich hoffe es. So, Silberbahn. Achso, ich hätte vielleicht in der Zeit eventuell... Ja, ich hätte. Hab ich aber nicht gemacht. Weil ich doof bin. So. Das kann raus. Das nehme ich gleich mit. Du kannst da unten hin. Ich hatte, glaub ich, noch... Nee, hatte ich doch nicht. Du kommst jetzt hier in unsere wundervollen, neu sortierten Kram rein. Und zwar in den Kultus. Ach, ich bin begeistert. Ich finde die... Genial. Find ich gut. Ähm... Da hab ich noch... Glas. Das tue ich hier mal mit hin zum anderen Glas. Das ist zwar nicht dasselbe, glaub ich. Nee. Ach, ich weiß es nicht. Bist du fertig? Drei Stück hast du gemacht. Ich brauche... Vier. Krieg ich noch ein? Dankeschön. Tschüss. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaub ich brauchte noch die White Stone, ne? Genau. Zwei Stück. Und zwei. So. Und ich möchte das natürlich auch... Foto machen hier, ne? Also im Thumbnail, dass ich hier so erfolgreich... ... zum Außenbild. Yes. So gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Achso, ich mach mal wieder den Linksen rein und mach mal wieder. Jetzt bin ich gespannt, ob der wirklich geht. Mit mehr Brennstoff. Ihr braucht ja eh nur den... ... als Stone Ofen erstmal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm. Achso, das geht da... Ups. Entschuldigung. Ähm. Weiterhin... Wettste und Scheitküste? Ach, kann ich das damit auch... Oh. Das kann ich austauschen damit. Das ist ja cool. Ich brauche eine Kiste für hier unten. Das ist ja cool. Bin ich jetzt begeistert. Äh. Ich geh hier unten, ne? Ja. Das ist... Ähm. Cool. Ohne Scheiße. Ich find's cool. Wer ihm interessiert, die Plastiktüte... Ach, mein Gott. Scheiß drauf. Achso. Ich hab da längst. Wir brauchen das nicht. Wir haben hier unsere Varianten. So. Dann schmeiß ich das Upgrade rein. Das ist ja cool. Und der macht das jetzt irgendwie besser? Oder wie muss ich das verstehen? Automatisch Output. Ich kriege rückgierbare Seiten. Achso. Ah. Jetzt macht er ein bisschen schneller. Geil. Geil. Yeah. Erfolg. Erfolg. Erfolg auf... erster Linie. Ich würde gern, dass er das andere Fund fängt. Kannst du das vielleicht als nächstes machen? Wäre das gut? Ich weiß gar nicht, wie viel du überhaupt da hast. Ich weiß nicht, wie viel Zinn ich da überhaupt reingeschmissen habe. Das kann dauern. Jetzt nicht. Du 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 du. Ich hab glaube ich einen Fertig vielleicht nicht machen sollen. Hast du jetzt äh... Ach du nimmst das nicht? Warum nicht? Wenn ich das jetzt so rum mache? Oder ist da immer noch was hinter? Wartet mal hier. Möchtet mal hier gucken. Ah. Da ist was denn noch. Verstehe. Natürlich. Selbstverständlich. Ja. Wir müssen die upgraden. Das war aus dem Modpack Extra Utility. Ach ne. Ich muss noch. Die waren ja Gott sei Dank nicht teuer. So. Mache ich gleich zwei Stück von dann reicht das. Dann habe ich für beide Kisten. Ah. Upgrade 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 Upgrade. Ich hab keine Ahnung was fand ich überhaupt. Irgendwas braucht. Ich brauch irgendwie von einem etwas. Äh da. Gut. Ähm. Achso. Genau. Ich brauchte ja erstmal... So. Ich brauchte ja erstmal... Ich hab keine Ahnung wie viel. Acht. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, drei, zehn. Acht. Gut. So. Äh. Jetzt bin ich mal ganz schnau. Ich mach mir jetzt einfach mal das Rezept hier hin. Ach. Trotzdem nicht reichen sie grad. Du-du-du-du-du. Hm. Das. So. 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 Und so. Das reicht. Und das. Achso. Da krieg ich Vieras. Oh. Ja. Jetzt hab ich... Yeah. Upgrade sind Übermaß. Juhu. Ich bin verrückt. Weil es echt bin. Ich... Also zur Zeit ist ein bisschen... Ballaballa bingo. Eins, zwei, drei, vier. Und... So. Dann müsstest du doch eigentlich... Magst du das etwa nicht brennen? Das ist nicht dein Ernst. Ach ernsthaft? Der will das nicht brennen. Was für so für'n Scheißofen? Geh nochmal nach unten. Will der jetzt... Brennt der nicht? Was macht der nicht? Hab ja hier noch einen. Doch. Ach. Also irgendwie stimmt der mal wieder. Ich weiß auch nicht, was der wieder für ein Problem hat. Achso. Alter. Jetzt schieße ich aber... Ich bin aber trotzdem obwohl das Problem jetzt gerade war. Jetzt ist er nämlich alle. Das ist jetzt fies. Das ist echt so. Ich hab gedacht wir können jetzt wieder ein bisschen Energiekabels bauen. Aber... Das ist das raus. Das raus. Du kommst jetzt als nächstes. So. Und ich möchte, dass du den jetzt als nächstes brennst. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt, oder? Ja komm raus. Mach erstmal bitte. Ja jetzt mach das. Dankeschön. Ich bin da also... Ich... Ich habe da keine Geduld. Das... Also das... Geduldsmäßig ist sehr schwierig bei mir. Ja. Ähm... Jetzt muss ich wieder umschalten. Auch... Ähm... Ne das war vegan. Wo waren denn jetzt die Energiekabels? Warte sind sie ja. Ich brauche hier gar nicht umschalten. Ach... Red Node. Genau. Ach genau. Redstone brauchte ich. Da haben wir ja genug von. Und Notwerte können wir ja welches holen. Ach das geht genug. Ach das geht genug. Ach... Ich geh mal das Redstone holen. Und ich glaube ich geh auch mit mir ne Workbench holen. Und ich glaube wir brauchen da ne zweite Workbench. Huiiii. Ich habe hier jetzt zwar nicht ne Workbench... Nee... Okay... Dann brauche ich mir keine. Dann würde ich mir keine bauen. Nur 19 Stück. Komm hier... Ich brauche gleich ein 64er Deck... Ach hier... Wäre eigentlich schon sinnvoll wenn ich da auch ne Workbench habe. Ich habe hier überall was. Das ist ne interessante Werkbank. Ich möchte aber die... Weil da bleiben die Items drinnen. Das finde ich ganz gut. Vielleicht mache ich mir hier eine mit Büchern. Gab es doch auch ne? Diese Workbench mit Büchern. So. Bingo. Krippen? Wie geben die eigentlich auch Anergy? Tatsächlich. Echt? Warum sagt mir das denn keiner? Dann hätte ich mir das ja ersparen können. Verbinden die sich dann? Okay. Verbinden sich. Halt, halt, halt. Nicht, 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 nene, nene, nene. Keine Energie. Achso, ja. Dann ähm... Äh... Dann... Baue ich mal unsere Energiequelle für die Sachen und überlege mir, ob ich da noch ein... Das kann dauern. Das kann dauern. Ah, der letzte. So, jo. Ähm... Ja gut, der Unterschied ist halt, dass die anderen besser sind, ne? Also die sind natürlich... Ähm... Ja, fragt doch schon. Ähm... Ich muss grad gucken. Ich würde nämlich... Einen von denen... Genau. Zwei möchte ich behalten. Dass ich das mit denen verbinden kann. Das heißt... Einer kann da noch hin. Ich finde das witzig, dass er das mit sich verbindet. Oder das sieht ganz witzig aus. Dann werde ich den Anger gleich erstmal ausschalten, denn den brauchen wir ja dann doch erstmal nicht. Hab gedacht, den brauchen wir aber... Hat sich ja dann erledigt, zumindest fürs Erste. Haben wir Grün genuscht? Aaaaaaah. Me-Ni-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-t! Jetzt ruhig! Alles Gute! Alles Gute. Alles Gute, Mir geht´s Gute. Das Lied ist wundervoll! Ich krieg die Grete, warum krieg ich jetzt im Zummibombesetz nichts!? Wenn du wüsstest, ich könnte dich umbringen. Alles gut. Ich weiß nicht, was es war. Alles gut. Nichts passiert. Ich müsste jetzt mal eben... Wo habe ich die? Da habe ich die. Ich bin echt zu blöd, ne? Reicht das schon? Das reicht schon. Sehr schön. Dann einmal bitte nach oben. Und ich möchte auch wieder nach oben. Und da setze ich wieder meine zwei hin. Und dann setze ich die Solarenergie... Setze ich die Solarenergie... Genau hier hin. Nein, auch nicht. Genau da hin. Dankeschön. So. Okay, warum? Ich habe... Ich weiß es nicht. Ich bin da ratlos. Du sorgst jetzt die Energie rein, richtig? Seit ich noch einen Hebel habe, sehe ich dann... Ich habe keine Ahnung. Ich setze den einfach hier hin. Dann sorgst du auf. Und du musstest die Energie gleich einsaugen. Habe ich recht? Kann man leider nicht sehen. Aber ich werde sie erleichter können. Oder auch nicht. Warum nicht? Warum nicht? Wo ist da jetzt bitte der Unterschied? Das liegt nicht. Sag ich mal ihm was wissen. Nur mal so aus meiner Neugier. Ich bin verwirrt. Ich bin da wirklich... Warum? Kriegen die denn jetzt Energie und Saft? Ich habe nämlich nicht drauf geguckt, was die haben. Kriegen die denn noch Saft? Ich habe keine Ahnung, wie ich... Äh... Wollen wir so Fragezeichen? 575... 400... Haben die jetzt Saft gekriegt? Dann will ich aber die Dinger nicht mehr haben. Also zumindest... Ähm... Dann will ich die jetzt damit verbinden. Ich mache mal den weg. So, und du hattest jetzt 400. Okay, jetzt bin ich mal neugierig. Der hatte jetzt 400. Wo ist der Unterschied zwischen den Kabeln? Äh... Ach, was meint denn hier die Tür? Ich werde noch verrückt. So, jetzt fang mal auf. Wo soll es aufmachen? Achso, wegen dem Rasen. Deswegen. Okay. Wir wollten sich mit dem Rasen verbinden. So... Jetzt siehst du raus... Okay... Okay, okay, okay... Jetzt gehe ich nochmal in den Crew. Der hatte 400. Und dann muss ich was essen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 400. Was hast du jetzt? Immer noch 400. Hier was am Kabel? Das könnte sein. Hm. Das könnte sein. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht sicher. Was ist das Kabel? Ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt zwischen den Kabeln. Ich meine, das ist ja eigentlich anscheinend auch ein Red-Led-Kabel. Ich glaube, da muss ich mal ein Video gucken. Okay, ich mache jetzt hier erstmal wieder einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Minecraft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr findet den Raum auch so abgefuckt. Oder einfach nur abgefuckt. Geil auf Deutsch gesagt wie ich. Und ich werde mich mit dem nochmal schlau machen. Okay. Tschüssi.